Dann starten wir rein in das Video von KuchenTV, äh ne, von Tobias Huch über den KuchenTV-Prozess. Showdown vor dem Landgericht Braunschweig. KuchenTV in der mündlichen Verhandlung zur einsweiligen Verfügung gegen Twitch. Was ist passiert? Die bekannte und eben... Irgendwie habe ich gedacht, dass KuchenTV viel kleiner ist. Er sieht da sogar ganz... Also er sieht groß aus. Ich dachte irgendwie, KuchenTV ist so 1,70 oder so. Also was jetzt nicht klein ist, also nicht... So umstrittene Streamerin Shuyoka hat über Stunden in ihren Streams über KuchenTV hergezogen. Die Wahrheit verdreht, sich als Opfer aufgespielt und am Ende wieder ihre Mobbing-Bubble auf ihn gehetzt. Auch gegen Montana Black und mich hat sie mit den wildesten Geschichten geschossen. Warum Twitch da nicht eingreift und ihr eine Auszeit gegeben hat, bleibt vermutlich ein Rätsel. Denn sie ist kein Opfer in irgendwelchen Angriffen. Sie ist Täterin, die mit angeblich moralischer Überlegenheit meint, Menschen in den Trick zu ziehen. Und zwar Menschen, die eine andere Meinung haben. Das ist das einzige Kriterium. Irgendwo zwischen 1,70 und 1,90. Ja. Die Journalisten sind auf sie reingefallen, die Amadeo Antonio Stiftung ist auf sie hereingefallen und am Ende ist auch Twitch auf sie hereingefallen. Vor dem Landgericht kam zumindest ein Teil der Wahrheit zur Sprache, denn die Anwälte von Twitch gaben offen zu, dass die Sperre KuchenTVs auf Massenmeldung seinen Streams Anfang Dezember zurückzuführen ist. Und Massenmeldung, die Shoyoka mit ihren Hass-Tweets auf Twitch Twitter heute X ausgelöst hat. Fakt ist auch, Was bedeutet AMA auf Twitch? Ask me anything. Shoyoka hat es nicht ertragen, dass KuchenTV sein Recht auf Gegenschlag nutzt und ausführlich ihre hasserfüllten Streams humoristisch bei einem 7-Stunden-Stream auseinander nimmt. Es mag wehtun, wenn sich jemand wehrt und offen die Wahrheit ausspricht, aber das rechtfertigt nicht die Reaktion Shoyokas. Statt reflektiert und erwachsen zu reagieren, sich zum Beispiel zu entschuldigen oder um Verzeihung zu bitten und all ihre haltlosen Anschuldigungen zurückzunehmen, ging die Opfer-Show weiter. Wir erinnern uns, schon vor Monaten fantasierte sich Shoyoka eine sexuelle Belästigung auf der Gamescom durch den Streamer Skrurus herbei. Ich weiß nicht, ob ich da sagen würde, fantasierte sich herbei. Es ist Fakt, dass es einfach nicht so zumindest in den Videos passiert ist, wie sie es dargestellt hat. Also in den Videos hat man keinerlei öffentliche sexuelle Belästigung mitbekommen und in den Posts hat sie sich auch sehr widersprochen. Natürlich wissen wir alle nicht, was da noch so alles vorgefallen ist hinter der Kamera. Das wissen wir nicht, aber durch die Art und Weise, wie Shoyoka sich halt einfach bei diesem ganzen Thema gegeben hat, hat sie sich halt sehr unglaubwürdig gemacht. Und versuchte so seine Existenz zu vernichten. Dieser ließ sich die haltlosen Anschuldigungen jedoch nicht gefallen und bewies, dass Shoyoka die Unwahrheit sagte. Ab diesem Moment war ihre Glaubwürdigkeit... Zumindest, was den Stream anging. Aber das hat er, muss man auch sagen, schon sehr stark gemacht. Also das hat er schon sehr gut beweisen können, dass in dem Stream, in dem sie ja anfänglich, also anfänglich hatte sie ja von dem Stream geredet, dass das alles onstream passiert ist, diese Art der Belästigung. Und wie er in den Ausschnitt gefilmt hat, da hat sie das schon sehr anders dargestellt, als es dann tatsächlich in dem Video war, weswegen sie ja auch wirklich ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Naja, sie zeigt ja mit ihrem Verhalten, wie glaubwürdig sie ist. Selbst schuld in dem Fall. Ja, also die Glaubwürdigkeit hatte sie da auf jeden Fall verloren. Trotzdem, finde ich, sollte man sich immer nie zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn du nicht wirklich dabei warst. Du weißt ja wirklich nicht, was dann vielleicht in einem privaten Gespräch noch vorgefallen ist, weswegen sie sich vielleicht unwohl gefühlt hat oder so. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wir können nur sagen, es hört sich nicht sehr glaubwürdig an und das, was man gesehen hat, war auf jeden Fall keine sexuelle Belästigung. Das hat Skoros gut bewiesen. Trotzdem wissen wir ja nicht, was passiert ist. ...keit vollends zerstört. Da aber, so habe ich zumindest den Eindruck, Hass und Hetze bei Shuyoka zum Geschäftsmodell zählt, feuerte sie immer dann, wenn sich der Sturm gerade so gelegt hat. Immer dann Öl in die Glut, um sich dann darüber zu beschweren, dass die bösen Flammen ihr zu nahe kommen. Jedenfalls wurde KuchenTV kurz vor Weihnachten permanent auf Twitch gebannt. Angeblich hätte er Hass in seinem Stream verbreitet. Absolut absurd. Ich selbst habe mir diesen 7-Stunden-Stream angesehen und außer ein paar Spitzen gegen Shuyoka gab... Also echt krass, wer sich den 7-Stunden-Stream komplett gegeben hat. Ich meine, ich habe auch ab und zu reingeschaut, weil es halt interessant war, aber 7 Stunden Trinkspiel und Co. Und vor allem das Video von Shuyoka anschauen, in dem immer wieder wiederholt wurde, was da vorgefallen ist. Das war der geilste Stream des Jahres. Ich war dabei wild. Wild. Nee, konnte ich mir nicht komplett anschauen. Da war ich einfach nicht so into it. Das bedeutet kein Hass. Ich fühle mich outcalled. Ich habe mir den komplett auf YouTube gegeben. Chat. Chat, was ist mit euch? Einfach 7-Stunden-Stream, in dem irgendwie 7-Stunden-Shuyoka-Video abgespielt wurde. Keine Belästigung. Raid umsonst. Oha. Und erst recht, keine Aufforderung zum Suizid. Das hat Twitch als Bannkund angeht. Ja, aber das hat Twitch doch gar nicht als Banngrund angegeben. Das war doch gar nicht der Fall. Twitch hat doch nur Beispiele für Banngründe angegeben. Twitch meinte ja, du hast gegen unsere Richtlinien verstoßen. Du hast bla bla bla. Beispiele für Banngründe sind Hassrede, Suizid, irgendwas. Das waren ja nur Beispiele, das war ja nichts, was Kuchen vorgeworfen wurde, weshalb ich ja auch gesagt hatte, so hä, aber sie haben ihm ja überhaupt gar keinen Grund genannt, warum sie ihn gebannt haben, weil in diesem Text stand ja nur Gründe sind zum Beispiel. Und dann wurden die Sachen aufgezählt. Also es wurde ja mit keinem Wort auch erwähnt, dass Kuchen irgendwas davon gemacht hat, sondern nur, dass es etwas davon sein könnte. Wisst ihr? Es war die humoristische Aufarbeitung der hasserfüllten Äußerung einer Schuyoka. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist das gute Recht von KuchenTV, der sich offenkundig in einer Meinungsdebatte befand. Auch das ist wichtig hierbei zu erwähnen, denn Twitch hat sich fälschlicherweise auf die dunkle Seite der Macht gestellt, statt echter Hassrede. Da hat der Tobias aber nicht gut recherchiert als Journalist. Ja, du Tobias, falls du mal ein paar Infos brauchst, kannst du dich ruhig melden, dann helfe ich dir dabei. Bei die von Schuyoka zu verhindern. Nun zum Bericht aus der Verhandlung, der ich die vollen zweieinhalb Stunden beigewohnt habe. Bei Termineröffnung zeigt sich das Gericht, zumindest beeindruckt, von der Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts. Denn es ist selten, dass sich ein Bundesverfassungsgericht so ausführlich äußert und überhaupt äußert. Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich das höchste deutsche Gericht in so ein Verfahren einmischt. Ich finde es immer so wild, wenn halt sowas jetzt zum Beispiel gefilmt wird. Das war wahrscheinlich Tobias Huch, der jetzt hinter der Kamera stand und gefilmt hat, wie Kuchen und Co. da jetzt den Weg lang gehen und da reingehen. Und ich wäre halt, ich kann echt nicht cool bleiben, wenn es so um Kameras geht. Mein Reflex wäre, wenn ich da so lang gehe und dann sehe ich da auch noch eine Person, die ich kenne und die richtet so eine Kamera auf mich, wäre so Hi, was geht? So äußerte auch die Kammer, also das Gericht ihr Bedauern, dass die Verhandlung so spät terminiert wurde. Geschuldet war dies der Umstellung auf das elektronische Aktensystem. Und nun zur Sache. Was ist bei dieser Verhandlung alles passiert? Ich versuche das so ein bisschen runter zu erzählen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie es abgelaufen ist. Also am Anfang sah es jetzt nicht so gut aus. Die Top-Anwälte von Twitch, die feuerten direkt los und zweifelten an, dass das deutsche Recht überhaupt anzuwenden sei. Und als das Landgericht so auch Zweifel an der deutschen Zuständigkeit hatte, dann war zumindest der Anwalt von KuchenTV, Dr. Nick Sarafi, sichtlich überrascht. Konnte aber darlegen, dass das Marktortprinzip zur Anwendung gelangt. Also nach meiner Einschätzung war das so ein bisschen, ja, so eine Rauchbombe, die die Anwälte von Twitch geworfen haben. Die kurz irritierte, aber ja, Dr. Nick Sarafi hat sich da doch sehr gut gefangen und hat passend gekontert. Der Anwalt von KuchenTV, Dr. Nick Sarafi. Ich frage mich, ob ich eine gute Anwältin geworden wäre. Ich schaue mir manchmal so Anwaltsserien an, sowas wie Zuz. Und da denke ich mir immer so, boah, ich würde da so eine krasse Anwältin sein. Ich würde die Beweise raussuchen, die Argumente zusammentragen und ich würde die so weg argumentieren vor Gericht. Law and Order, ja, ja. Nee, sorry. Wärst du nicht? Hey, doch, ich wäre schon eine coole, ich wäre schon eine coole Anwältin. Barbara ist saalisch, aber die ist Richterin, keine Anwältin. Richterin wäre ich auch krass. Nee, warte mal. Anwältin, ich glaube, ich wäre eine gute Anwältin. Also vielleicht auch nicht. Aber Richter wäre ich richtig scheiße. Ich wäre so eine Scheißrichterin. Ich würde, also weil wirklich, ich würde da sitzen und dann würde der eine Anwalt was sagen. Und würde sagen, boah, ja, das klingt, das klingt richtig schlüssig. Und dann würde der andere Anwalt das sagen und würde sagen, boah, das ist aber auch ziemlich gut argumentiert. Ich wäre da so im Konflikt, dann würde ich da sitzen und sagen, ja, keine Ahnung. Also eigentlich beide gut. Hat mir beides gut gefallen. Finde ich, ja, machen wir doch einfach. Ach, ihr habt, ja, beide auf eure Art recht, ne? Wieso? Ich kann, ich wäre da so schlecht drin. Also Richter, Richter wäre ich richtig schlecht. Er zitierte mehrere Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Richtung Richterbank. Was augenscheinlich das Gericht zunächst nicht zu sehr beeindruckt. Es hat damit zu tun, dass Twitch meint, dass staatliche Gerichte nicht zuständig seien, weil eine Schiedsgerichtsvereinbarung getroffen worden sei. Okay, jedenfalls sah der Vorsitzende Richter die Sache anfänglich ein wenig anders, aber hier ging es vor allem um die Twitch-Klausel zur Einsetzung eines Schiedsgerichtes. Dr. Sarafi hatte ein sehr passendes Urteil parat, das belegt, dass diese Twitch-Klausel zur Schiedsgerichtsbarkeit unzulässig ist, weil sie die Klägerseite unverhältnismäßig beeinträchtigt. Echtes rechtliches Gehör wäre da kaum möglich und auch die Blockade ordentlicher Gerichtsbarkeit oder Eilgerichtsbarkeit vor allem ist nicht nur fraglich, sondern vermutlich auch komplett unzulässig. Auch als Gerichtsstand die USA zu nehmen ist... Einfach die nehmen, die das Schnick-Schnack-Schnuck bis drei ohne Bohnen gewinnt. Also es heißt erstens Flie-Fla-Flu und nicht Schnick-Schnack-Schnuck, aber ja, true, würde ich vielleicht auch machen. Ist mehr als fraglich, weil die Bindung an Twitch aus zwei unterschiedlichen Verträgen besteht. Das wird häufig nicht erkannt. Also geht ihr zum Beispiel zu einem Amtsgericht, dann kann ich euch vorhersagen, dass ihr 99% der Fälle verlieren werdet. Warum? Die Gerichte sind nicht so kompetent. Und oft ist da mehr Faulheit vorhanden. Also ich selbst habe Erfahrung vor Amtsgerichten, vergesst es einfach. Streitwert über 5100 Euro und dann landet ihr beim Landgericht und dann habt ihr in den meisten Fällen kompetente Richter. Also nochmal zu den Verträgen. Es gibt zwei Verträge. Das ist der normale Nutzungsvertrag als Endkunde und einfacher Streamer und der Monetarisierungsvertrag. Das sind dann die Affiliates und die Partner. Das sind zwei Paar Schuhe, die gern mal ignoriert werden. Auch die Twitch-AGB hatte sich das Gericht sehr genau angesehen und bezeichnete diese als Zitat, und ich zitiere jetzt mal den Vorsitzenden Richter, harter Tobak. Das Gericht ließ durchblicken, dass sie die Twitch-AGB für viel zu weitgehend und in vielen Teilen gar ganz für ungültig ansehen. So wurde kritisiert, dass Twitch sich das Recht nehme, Nutzer quasi willkürlich zu ballern. Dieses Recht steht ihnen aber nicht zu. So die diverse Urteile von OLGs, also Oberlandesgerichten und des BGH, also des Bundesgerichtshofes, in ähnlich gelagerten Fällen. Das Gericht wies auch darauf hin, dass der neue Digital Service Act der Europäischen Union, der in drei Wochen in Kraft tritt, Twitch ziemlich an die Leine nehmen wird, da dann die Grundrechte eines Nutzers klar geschützt werden. Das ist aktuell nicht ganz der Fall, aber dazu noch mehr. Ich frage mich, ob diese Thematik mit Kuchen Wellen schlagen wird, weil Kuchen ist zumindest der einzige, den ich kenne, bei dem ich das mitbekommen habe, der da wirklich vor Gericht gegangen ist nach einem Permabann. Kann natürlich sein, dass es da noch andere gab. Das habe ich nicht mitbekommen, vielleicht könnt ihr mir das ja sagen, ob es da noch jemand anderen gab. Ja, Skurros auch. Ah, okay. Und Orange Munch auch. Ach so. Ach, heftig. Ich frage mich, ob das da noch Wellen schlagen wird bei Twitch Deutschland halt. Ob die da dann was ändern. ...wiesen darauf hin, dass der Digital Service Act noch nicht aktiv sei. Dies ließ das Gericht aber mit dem Hinweis auf diverse Gerichtsentscheidungen zu bestehenden Rechtsprechung nicht gelten. Zur Überraschung der Twitch-Anwälte. Nicht zu meiner Überraschung und auch nicht zur Überraschung von Dr. Sarafi. Der Prozess war eindeutig Champions League. Also auf der einen Seite krasse Twitch-Anwälte, es waren keine Amateure, Vertreter einer Großkanzlei, die nur dicke Fäsche vertreten und auf der anderen Seite Dr. Nick Sarafi, der, ich muss sagen, krass geliefert hat. Interessant war aber auch, wie schon anfangs erwähnt, die Aussage der Twitch-Vertreter, dass Massenmeldungen indirekt zur Sperre geführt haben, die dann nach einer angeblichen Prüfung durchgeführt wurde, also die Sperre. Auf die Frage des Gerichts, was der Kläger, also KuchenTV, genau an Hassrede geäußert haben soll, kam von der Twitch-Seite nur die Aussage, es gab unbestritten Hassrede. Also wie ein Mantra, haben die das immer wieder vorgetragen. Das Gericht reagierte mit einem, ja, ich würde sagen, leichten Grinsen und dem Ausruf, so geht's nicht, wo ist denn das konkret? Auch Dr. Sarafi fragt dann recht direkt, was genau werfen sie ihm konkret vor? Eine Antwort blieben die Twitch-Anwälte schuldig. Sie bekräftigten wieder nur Hassrede. Gut, daraufhin schlug Dr. Sarafi, Zitat, vor, Wenn ich morgen behaupte, dass der Twitch-Kollege Hassrede betreibt, ist das schon eine heftige Unterstellung. Das begründe ich dann pauschal damit, dass es mir nicht gefällt, was sie heute hier sagen. Wenn ich das öffentlich behaupte, muss ich schon konkret benennen, warum. Da blieb der gegnerische Anwalt stumm. Trotz mehrfachem Nachbohren durch das Gericht kam von den Twitch-Anwälten nichts, gar nichts. Außer dem Hinweis, dass der siebenstündige Stream vorlege. Die Kammer hat daraufhin bemerkt, dass sie keine Zeit habe, sich... Ich fand das so krass, dass sie nichts Konkretes geliefert haben. Ja, gell? Also wirklich, obwohl das ja, wie er sagt, so krasse Anwälte waren, konnten sie einfach nichts dazu sagen. Einen langen Stream anzusehen. Und Zeitstempel, wo dann besagte Hassrede zu finden, sei doch das Mindeste gewesen wäre, zu liefern. Auch hier wusste die Twitch-Seite keine Antwort. So, gegen Ende fragt das Gericht, ob auch strafbares... Es wird vor allem Wellen schlagen, sollte Kuchen auf finanzielle Entschädigungen gehen und das Verfahren auch gewinnen. Dann müsste Twitch zumindest jede Bannung bedenken, da aktuell sie keinen Schaden haben, vor Gericht zu verlieren, außer Medial halt. Hat Kuchen das vor, sie auf Entschädigungen noch zu verklagen? Verhalten durch den Antrag auf einsweilige Verfügung abzudecken sei. Das verneinte wiederum Dr. Sarah Fee mit dem Hinweis, halt, also ich zitiere jetzt nur, halt nur so ein Verhalten wie im Stream. Da war nichts strafbares. Daraufhin antwortete das Gericht wiederum, wir wissen ja nicht, was gesagt wurde, weil uns hat das ja niemand erzählt. Diese Antwort zumindest sorgte im Raum für, ich würde sagen, lockere Erheiterung und die Twitch-Anwälte waren sichtlich peinlich berührt. Final gab es noch eine Diskussion, ob es sich um eine Leistungsverfügung handelt oder Regelungsverfügung, was mich als Nicht-Jurist ein wenig überfordert. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Das Gericht wies jedenfalls darauf hin, dass Twitch teils die Kunden rechtlos stellt, was kritisiert wurde. Die Twitch-Anwälte widersprachen und meinten, sie sagt, unserer Meinung nach ist das nicht so. Und Dr. Sarah Fee entgegnete, wir kennen ihre Sicht, aus ihrer Sicht gelten auch keine Grundrechte. Überspitzt aber eigentlich zutreffend, so könnte man es gut zusammenfassen. Dr. Sarah Fee lässt noch zur Unterstreichung ins Protokoll aufnehmen, dass Twitch die Vorwürfe bzw. den Bankrott immer noch nicht benennen kann. Twitch widerspricht ihm nicht, aber sagt, dass KuchenTV beweisen muss, dass es keine Hassrede gab. Auch total bescheuert. Warum muss KuchenTV seine Unschuld beweisen? Vor allem, wie kann man seine Unschuld beweisen? Also du kannst deine Unschuld da doch gar nicht beweisen. So, ja. Das führt dann zu einer sichtlichen Irritierung des Gerichtes. Und der Vorsitzende wies darauf hin, dass es sich quasi um eine außerordentliche und fristlose Kündigung nach bürgerlichem Gesetzbuch BGB handelt und Twitch somit Beweis erbringen muss, warum sie ihm kündigen. Eigentlich ist das, ich glaube, das ist Jura im ersten Semester. Aber man kann es ja versuchen. Dr. Sarah Fee, wies dann darauf hin, dass auch das nicht ausreichen würde. Ist doch ganz easy. Einfach jede Aussage aus dem sieben Stunden Stream aufschreiben und argumentieren, dass es kein Hass ist. True. True. Hätte er eigentlich schon machen sollen. Hätte er machen können. Sieben Stunden Vortrag ist doch auch mal nice, oder? Vor Gericht. Ähm, denn es gibt grundlegende Vorschriften und Abläufe und auch die wurden nicht eingehalten. Und diese Vorschriften und Abläufe hat unter anderem der Bundesgerichtshof festgelegt. Und am Ende fragt er die Kammer in Richtung Twitch, ob eine Einigung möglich sei. Dies wurde dann von Twitch, ja, relativ schnell zurückgewiesen mit einem Nein. Daraufhin zog sich dann die Kammer zu einer Beratungspause zurück. Die war ungefähr zehn Minuten. Und nach Rückkehr wurden dann die Anträge verlesen. Also jeder Anwalt stellt dann den jeweiligen Antrag. Dr. Sarah Fee stellt den Antrag auf Erlass 1-weilige Verfügung. Und die Twitch-Seite hat den Antrag gestellt, diese Verfügung zurückzuweisen. Und dann ging es noch einmal in 15 Minuten Pause. Das ist dann so eine Entscheidungspause, wo das Gericht dann auch den Beschluss direkt erlassen will. Ergebnis war, Twitch muss KuchenTV sofort entbannen und den Account wiederherstellen, wie er vorher war. Und auch darf es keine Einschränkung geben. So einfach war das. KuchenTV hat gewonnen. Nach zweieinhalb Stunden. Ich muss sagen, das war heftig. Also das war für, ich glaube, das waren zwei Rechtsreferendarinnen waren im Raum. Die hatten ihre Freude. Die haben auch die ganze Verhandlung verfolgt oder waren es Jurastudentinnen. Jedenfalls war das schon ein ziemlich heftiger Schlagabtausch. Das muss ich echt mal machen. Mich in so eine Verhandlung setzen würde mich schon sehr interessieren. Fände ich, glaube ich, auch sehr spannend. Und am Ende hat der gewonnen, der nicht nur besser war, sondern auch der einfach auf der juristisch richtigen Seite steht. In dem Fall KuchenTV. Ja, jetzt bin ich gespannt, wann er freigeschaltet wird. Das muss in den nächsten Tagen passieren. Ja, es passiert. Es passiert. Wir haben ja heute den Rate von Kuchen bekommen. Er hat ja hier auch schon gestreamt. Ähm. Cool. Hoch verteilt blaue Haken und blaue Augen. Kannst dich in jede öffentliche Verhandlung setzen. Ich weiß, ich weiß, ich habe noch irgendwie nie Zeit, das zu tun und vergesse es dann auch immer wieder. Aber jedes Mal, wenn ich das auf YouTube sehe, denke ich mir so, ah, das will ich mal machen. Will ich unbedingt mal machen. Jörn, wie es dann weitergehen wird, mit Sicherheit wird diese Sache in die Hauptsache gehen. Das bedeutet, es gibt die einstweilige Verfügung und Twitch wird dagegen vorgehen. Und dann gibt es einen Hauptsacheprozess. Ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Denn, besagter Digital Service Act, DSA, der wird in drei Wochen erlassen. Und der ist dann auch darauf anzuwenden. Und dort werden die Grundrechte noch besser geschützt. Und das bedeutet eigentlich... Odinson, was geht? ...ist Twitch chancenlos. Und jetzt mal schauen, wie es in der Sache Shoyoka weitergeht. Sie meint ja auch, gegen mich weiter zu schießen. Da kommt jetzt bald auch ein Update von mir. Da überschlagen sich sozusagen die Ereignisse. Aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Schaut euch auf jeden Fall auch das Video von KuchenTV an. Der wird mit Sicherheit jetzt schon live ein Video haben oder morgen eins haben. Wenn es live geht, verlinke ich es unter dem Kanal, also unter dem Video. Und lasst Grüße da. Ansonsten abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Und zum Abschluss lasse ich Dr. Nick, Sarah Fee und KuchenTV noch zu Wort kommen. Denn die habe ich danach noch ganz schnell abgefangen vor dem Gerichtssaal für ein kurzes Statement. Bis dann. Das war eine schwere Geburt. Wir haben es geschafft. Twitch darf nicht willkürlich bannen. Es gibt kein uneingeschränktes Hausrecht. Das gilt auch für Twitch. Und man kann nur hoffen, dass sich das in Zukunft bessert. Und bist du froh? Ich bin sehr zufrieden, ja. Grüße gehen raus an Twitch. Okay. Ja, cool. Ja, cool, dass das jetzt so geklappt hat. Ich habe aber auch irgendwie nichts anderes erwartet. War ja da jetzt auch wirklich im Recht. Nice. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit der ganzen Thematik.